hallo und herzlich willkommen zu diesem video schön dass du eingeschaltet hast und ich habe heute wieder ein geschenk für dich an dem ich voller liebe gearbeitet habe und zwar ist es endlich es ist schon eine weile fertig aber jetzt habe ich endlich die technik gefunden damit es auch zu dir nach hause kommen kann und zwar das erste ebook was ich geschrieben habe und zwar heißt das fünf süße gelüste und ich habe fünf rezepte zusammengestellt die vegan roh glutenfrei und natürlich süß sind also keine süßungsmittel sind dabei außer datteln und andere süße früchte also völlig zuckerfrei kein agavendicksaft nichts also wirklich high end natürliche zutaten zu 100 prozent und ja gerade jetzt in dieser zeit in dieser jahreszeit hat man vielleicht doch mal nie überhaupt was süßes wenn es draußen kühler ist und ja dieses video dieses ebook kannst du dir runterladen bzw dich eintragen dass du das haben möchtest wenn du auf meine webseite gehst dann findest du es gleich auf der ersten seite oder wenn du bei meinen ebooks und videokursen stöberst da findest du dann auch den selbst liebe video kurs oder die beiden kannst du auch mal gucken ob dich das interessiert da ist ja auch einer kostenlos ja ich freue mich über euer feedback wenn ihr die sachen ausprobiert habt zu vielen gibt es auch schon ein rezept video und jetzt habe ich aber auch alles noch mal niedergeschrieben und da ist zum beispiel eine schokocreme dabei da habe ich apfelburger dabei da habe ich eine ganz so eine cheesecake creme kreiert könnt ihr auch mal probieren und die anderen beiden rezepte da könnt ihr euch überraschen lassen und ja ich freue mich wenn ihr die sachen kreativ umwandelt und zu eurem eigenen macht also ich habe da so grund rezepte die ihr dann auch noch variieren und abwandeln können ich habe meine regionale variante dabei also für jeden ist da was dabei ich freue mich über dein feedback lass mir gerne einen daumen nach oben da wenn du das ja schön findest dass ich was zu verschenken habe dass du was geschenkt kriegst wollte ich eigentlich sagen genau also ich freue mich wenn ja wenn ihr zahlreich das ebook runterladet und die rezepte ausprobiert und jetzt habe ich mich schon ein paar mal wiederholt also ich wünsche dir alles alles liebe freue mich wenn du beim nächsten video wieder einschaltest und ja bis zum nächsten video